Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Weekly Update. Hallo liebe Freunde und willkommen zu dieser Edition der Weekly Update. In einigen Tagen haben wir das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah. In ein paar Tagen werden wir das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah. Und dazu wünscht man sich Chak Sameach. Und natürlich, Sie sagen immer Chak Sameach. Und das wünschen wir natürlich allen, die hier mit dabei sind. Und das wünschen wir uns für alle, die jetzt hier sehen. Und ich freue mich, dass Heinz Reus hier mit dabei ist in der Sendung. Very happy to be able to welcome Heinz Reus with us. Der Marsch des Lebens Direktor, der Internationale. International Director of the Marsch of Life Movement. Also super, dass du mit dabei bist Heinz. Super, super mal wieder hier in der neunen Stunde, äh nicht in der neunen Stunde, sondern beim Weekly Update zu sein. It's great to be part of the weekly update, not the ninth hour this time, but the weekly update. So und wenn jemand noch die neuesten Informationen hat über Marsch des Lebens, was da gerade so geht, dann bist du es. Komm, erzähl uns das mal. Also das Erste ist, wir hatten natürlich in dieser Corona-Zeit oder haben natürlich eine besondere Zeit, wo wir auch besondere Aktionen machen. Well, of course, during the COVID-19 pandemic, it is a very special time and we did have and still do have very special projects. Und eine Sache, die wir entwickelt haben, sind Zoom-Calls mit Holocaust-Überlebenden. Wo wir Holocaust-Überlebende zusammenschalten mit internationalen Gruppen von jungen Leuten in Lateinamerika, in Deutschland, in der Schweiz. Und in this project we connect Holocaust-Überlebenden with groups of young people, whether it's in South America, Germany, Switzerland. Und sie erzählen ihre Geschichten. Und Freundschaften entstehen. Und es ist für beide Seiten was Besonderes. Und für beide Seiten ist es etwas wirklich Besonderes. Die Holocaust-Überlebenden kommen raus aus Isolation und Einsamkeit in dieser Zeit, wo sie eben tatsächlich oft wirklich isoliert sind. Und für Gruppen von jungen Leuten ist es die Möglichkeit, direkt Holocaust-Überlebende kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören. Und für die Holocaust-Überlebenden ist es so besonders, dass sie jetzt schon häufig bei den Calls ihre ganzen Familien eingeladen haben, sich auch zuzuschalten. Und das ist also ein Projekt, was wir gerade machen. Und was wir fortsetzen werden. Und meine Mitarbeiter Michaela Buckel und Kasia Martinovic haben ein Programm entwickelt. Und meine Team-Members, Kasia Martinovic und Michaela Buckel, they've developed a program in unserer Ausstellung hier in Tübingen. Und da gibt es so einen Flyer, das kann man auf der Webseite auch anschauen. Und wo es den ganzen Herbst über Programme geben wird, dort in der Ausstellung. Und es fängt jetzt zu Rosh Hashanah an. Und wir beginnen mit speziellen Führungen. Mit einem Programm für Kinder auch. Und so wird es den ganzen Herbst bis in den Winter hinein ein besonderes Programm gehen, natürlich nach Corona-Bedingungen. So throughout the autumn months up to winter, we will have a special program, even geared to COVID-19. Ja, und das Beste ist natürlich, wenn ihr einfach nach Tübingen kommt, wir laden euch ganz herzlich ein. Und du kannst es verbinden mit unseren Gottesdiensten. Oder du kannst es verbinden mit einer ganz speziellen Aktion, die wir euch jetzt vorstellen möchten. Weil das eine Problem von Holocaust-Überlebenden ist natürlich ihre Isolation, dass sie alleine sind. Aber das Zweite, was doch viel dramatischer ist, ist, dass sie den Antisemitismus und Judenhass heute so erleben, dass sie an frühe Zeiten erinnert werden. Was empfinden Holocaust-Überlebende, wenn heute auf den Straßendemonstranten mit den Davidstern, mit den gelben Davidstern herumlaufen und ihn mit Impfungen identifizieren? Oder wenn die ganze COVID-19 verbunden wird mit Verschwörungstheorien und gesagt wird, eigentlich sind doch die Juden daran schuld. Oder wie man sonst auch in anderen Ländern hören kann, dass sogar gesagt wird, der eigentliche Virus, das sind die Juden. Und so, diese Explosion des Antisemitismus von Judenhass im Internet, das ist nicht nur einfach eine Geschichte, sondern das ist absolut real. Und Heinz, du hast auch viel davon gehört, oder? Von dieser Pandemie und von den Verschwörungstheorien und dem Antisemitismus, der mit verbunden ist. Ja, also es ist einfach so, das ist halt hinter Verschwörungstheorien oder im Kern von Verschwörungstheorien ist immer Antisemitismus. Ja, das ist nur das Fakt, du weißt, dass du immer immer Antisemitismus findest. In Argentinien wurden überall Banner aufgehängt, die Juden sind schuld am Coronavirus. For instance, in Argentinien, they've put up posters everywhere saying, it's the Jews' fault, the Coronavirus. Und es sieht nicht unterschiedlich aus in verschiedenen Nationen. And of course, in different nations, it can take different appearances. Zum Beispiel jetzt hier bei den Corona-Demonstrationen, habe ich einen Bericht gesehen, alle Flaggen waren erlaubt, nur die Israel-Flagge. Da gab es heftig Widerstand, als sie hochgezogen wird bei den Corona-Demonstrationen. For instance, at the COVID-19-Demonstrations we had here in Germany, all flags of all colors and shapes were allowed. The only one that had problems when it was pulled up, was the Israel-Flagge. Und es sieht eben in unterschiedlicher Formen vor, aber es ist einfach spürbar, sichtbar und ich denke mal, wir sind herausgefordert, was zu tun in dieser Zeit. So, Antisemitism takes different shapes and appearances, but we are challenged to do something about it. Ja, und die israelische Ministerin für strategische Angelegenheiten, Oret Farkash. And the Israeli Minister for Strategic Affairs, Oret Farkash. Sie hat genau darüber gesprochen, dass wir in dieser Zeit etwas tun müssen gegen Antisemitismus, Judenhass im Internet. Aber eben nicht nur im Internet, sondern eben auch auf der Straße. Und wenn wir jetzt auf die Straßen schauen, dann sehen wir, wie sie gefüllt sind in Amerika, in Deutschland, überall mit Hass und mit Gewalt. Und wir können uns als Christen in den Gemeinden nicht mehr nur in einem Lockdown-Verhalten zurückziehen. Und deswegen möchten wir dich ermutigen, am 4. Oktober zu einer weltweiten Marsch-des-Lebens-Aktion. That's why we want to encourage you to participate in a global March-of-Life-Project on the 4. Oktober. Und wir wollen statt Hass, wollen wir Versöhnung auf die Straße bringen. Und instead of hatred, we want to take reconciliation right to the streets. So, wenn Tausende und Zehntausende auf die Straße gehen können, warum können da nicht Christen auf die Straße gehen, die Israel lieben, um ihre Stimme zu erheben gegen Antisemitismus und Judenhass? Because if thousands and tens of thousands can take to the street to demonstrate, why can't we as Christians, as believers, take to the street to show our love for Israel? So, Heinz, was passiert bei dieser Aktion? So, Heinz, what's the plan for this project? Also, wie gesagt, es ist der weltweite Aktionstag am 4. Oktober 2020. Well, as you mentioned, it's the global action day against Antisemitism on the 4. Oktober. Das ist während des jüdischen Sukkot-Fests. It is right in the middle of the Jewish festival of Sukkot. Und wir rufen dazu auf, in möglichst vielen Städten des Christen auf die Straße gehen und ihre Stimme für Israel und für jüdisches Leben erheben. Und es ist sehr einfach. Das können nur wenige Leute sein, fünf, und es können aber auch ganz viele sein, es können auch 5.000 sein. Man ruft diese Leute auf die Straße, versammelt sich an einem öffentlichen Platz. Man kann einen Marsch machen oder auch nicht, das ist optional. Was uns wichtig ist, auf die lokale Corona-Verordnung achten. Dann eben Statements zu machen für Versöhnung, für Israel und für jüdisches Leben. Und dann einen symbolischen David-Stern in dieser Stadt irgendwie bilden. Das kann so aussehen, dass man es auf dem Boden malt mit einer Kreide. Oder man macht mit Tüchern, hält man einen David-Stern hoch. Oder man legt ihn auf dem Boden aus mit Steinen. Oder wenn es schon dunkel ist, mit Lichtern. In irgendeiner kreativen Form eben damit zum Ausbruch zu bringen, wir unterstützen jüdisches Leben, wir stehen hinter Israel. Und davon dann eben Fotos, Videos machen, an uns schicken, dann können wir eine gemeinsame Botschaft nach Israel und zu unseren jüdischen Freunden schicken. Take pictures, take videos, send them to us, and then we can send a joint voice and message to our friends in Israel. Und wir stellen Material dafür zur Verfügung. And we are supplying the material for it. Wir stellen Banner dafür zur Verfügung. Und das kann man dann, das schicken wir die Grafik zu, dann kann man die selber drucken. Auf kleinen Schildern, auf großen Bannern, wie man das möchte. Und wir schicken auch so Artwork zu für so Masken. Und auf Deutsch werden wir die auch in Massen produzieren. Also das heißt, man kann es selber produzieren oder auch auf Deutsch bei uns bestellen. Und man trägt sie dann so. Und man macht eben hier dieses Statement, Reconciliation, not Hate, Versöhnung statt Hass. Und das ist die Botschaft, die wir haben, Versöhnung statt Hass. Und man kann es anmelden, damit wir das eben nennen können auf der Liste der Städte und Orte, wo das stattfindet. Geh auf www.marschdeslebens.org. Direkt auf der Startseite ist dort ein Link, das kannst du gar nicht verpassen. Und dann kannst du deine Stadt dort anmelden und bekommst dann Material zugeschickt. Ja, und wir hören auch schon von offiziellen Vertretern, die einfach die Veranstaltung unterstützen. Und wir haben bereits von offiziellen Repräsentatoren gehört, die unser Projekt unterstützen. Und das Wichtigste ist natürlich Israel und die Regierung in Israel. Und die wichtigsten sind natürlich von Israel und die Regierung in Israel. Und wir sind dankbar, mit dem Christian Allies Caucus zusammenzuarbeiten, aber auch Statements zu haben von ihnen. Und diese Statements gelten dann auch für dich, wenn du diese Veranstaltung in deiner Stadt durchführst. Und wir sind so dankbar, dass wir mit dem Christian Allies Caucus in Israel in der Knesset zusammenarbeiten können. Und sie haben uns Statements auf Unterstützung gegeben. Und ihr könnt ihre Statements für dein Projekt, deine Aktion, wenn ihr uns mit uns befreitert. Denk doch darüber nach, ob deine Stadt nicht da beteiligt sein soll. So, just think about it. Shouldn't your city be part of this? Denk einfach darüber nach, ganz gleich, wo du bist, wie du am 4. Oktober dich engagieren kannst und ein Teil einer weltweiten Stimme sein kannst. So, it doesn't matter where you are, but just think about it. How do you want to raise your voice on the 4th of October in this global project? Und du kannst dir nicht vorstellen, wie wertvoll und kostbar das für unsere israelischen Freunde gerade in der jetzigen Zeit ist. You can't possibly imagine how valuable and precious this is for our Israeli friends, especially at this time. Wir wollen ihnen das weitergeben. In so vielen Städten gibt es Freunde, die gerade jetzt zu Israel stehen. And we want to let them know, in so many cities there are people who are standing with you right at this time. Und es wäre richtig, richtig super, wenn du mit dabei bist. And so it would be absolutely wonderful to have you with us then. Ja, also geh einfach auf die Webpage und klick dich dort an. So, just go to the website, click to register. Und kommuniziere das in deine Stadt, an deine Freunde, in deine Gemeinde hinein. And communicate it in your own city, to your friends, to your church. Und verwandle Sukkot, das Laubhüttenfest, wirklich zu einem Laubhüttenfest mit einer Bedeutung für Israel. So, make your Sukkot a feast of tabernacles that's significant for Israel. So, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Heinz, gibt es noch was Wichtiges, was wir ergänzen sollten? Also wichtig finde ich, dass es in möglichst vielen Städten stattfindet. Wir erwarten mindestens 50 Städte weltweit, wahrscheinlich werden es viel, viel mehr. Und lass dich nicht aufhalten, es bei dir in deinem Ort oder auch in deiner Stadt zu machen. Und wenn du das machst, wenn du das in deine eigene Stadt, in deine eigene Stadt machst. Super, vielen Dank Heinz. Und wir wünschen euch einfach Chak Sameach eine gute Woche und ein Happy New Year. So, thank you so much Heinz. Und wir wünschen euch eine blessed Woche, einen guten New Year, Chak Sameach. Und bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns nächste Mal wieder. Ciao. Bye bye. Und bis zum nächsten Mal.